Hi meine lieben Spiderlinge! Leider war es mir in letzter Zeit weniger möglich, Recherchen zu einem Fall anzustellen, geschweige denn die daraus resultierenden Informationen einzusprechen, daraus ein Video zu erstellen und somit schließlich eine laienhafte Dokumentation zu veröffentlichen. Dies möchte ich nun, da ich wieder mehr Zeit erübrigen kann, gerne nachholen. Ich werde dementsprechend versuchen, nun regelmäßiger Videos zu erstellen. Doch nun zum aktuellen True-Crime-Bericht. Liebevolle, umsorgende Eltern versuchen alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um ihre Kinder zu behüten und ihnen ein sorgenfreies, glückliches Leben zu ermöglichen. Dies ist natürlich auch überaus wünschenswert. Doch manchmal kann diese Fürsorge Überhand nehmen, erdrückend sein und beim Kind zu einer gegenteiligen Entwicklung führen. Wie kann ein Kind so zum Beispiel aus seinen falschen Verhalten lernen, wenn es keinerlei Konsequenzen fürchten muss? Auch der Serienmörder aus dem nun folgenden Fall hatte solche Eltern, dessen Fürsorge und Liebe nicht mal durch die mörderischen Taten ihres Sohnes getrübt werden konnten. Leider sorgten sie so, vielleicht unbewusst, auch dafür, dass er immer wieder schneller als eigentlich erlaubt freikam und somit einfach weitermachen konnte. Vielleicht wollten die Eltern es einfach nicht wahrhaben, vielleicht dachten sie, sie könnten ihn ändern oder die Erwartungen an ihren Sohn waren einfach zu hoch. Doch auch das Gericht scheint seiner Pflicht nicht vernünftig nachgekommen zu sein. Dies ist eine kleine, laienhafte Dokumentation über den Serienmörder Arthur Frederick III. Gurt. Vorgeschichte Hauptstadt des östlich gelegenen US-Bundesstaates Maryland ist seit 1694 Annapolis und die größte Stadt des Gebietes ist Baltimore. Maryland liegt direkt an der Atlantikküste und es ziehen sich von dort dementsprechend viele Wasserstraßen durch das Areal. Etwa 50 Kilometer von Baltimore liegt Hyattsville, eine kleine Stadt mit ca. 20.000 Einwohnern. Arthur Frederick III. Gurt wurde hier am 28. März 1954 geboren und lebte dort mit seinen Eltern und drei älteren Schwestern. Im Kindesalter wurde bei ihm eine Pseudodebilität diagnostiziert, also eine Entwicklungshemmung. Hierbei entwickelt sich das betroffene Kind langsamer als gleichaltrige Kinder. Es braucht länger für gewisse Lernprozesse und verhält sich nicht seinem Alter entsprechend. Vereinzelnd, jedoch eher selten, kann dies auch bei Erwachsenen auftreten. Eine Pseudodebilität wird durch äußere Einflüsse negativer Art wie zum Beispiel Gewalt oder Vernachlässigung ausgelöst. Dies muss jedoch nicht immer im nahen Umfeld stattfinden. Auch Krieg oder ähnliche Ereignisse können der Auslöser sein. Pseudodebilität ist jedoch keine geistige Behinderung, das heißt, es liegt keine dauerhafte Schädigung des Gehirns vor und kann sich daher nach gewisser Zeit von ganz alleine auflösen. Schon im frühen Alter zeigte Arthur Frederick III. Gurt, im Laufe der Wiedergabe werde ich auf den vollständigen Namen verzichten und den für mich am leichtesten auszusprechenden Namen wählen, großes Interesse an jüngeren Kindern, vorzugsweise Jungen. Dieses Interesse war vor allem körperlicher Natur und schon bald machten seine dahingehenden Annäherungsversuche die Runde in seiner Nachbarschaft. Jeder in dem Ort wusste dementsprechend, was Arthur für seltsame, nicht normale Anwandlungen hatte und neue, hinzugezogene Nachbarn wurden umgehend darüber informiert. Alarmierende Vorstrafen Irgendwann nahm seine penetrante Art dahingehend zu und er wurde daraufhin dreimal in kürzester Zeit nacheinander, aufgrund von Sittlichkeitsvergehen an Minderjährigen, festgenommen. Doch jedes Mal bezahlten die Eltern die Kaution für ihren Sohn und alles weitere wurde daraufhin fallen gelassen. Ich konnte hier leider nicht genau herausfinden, warum dem so war. Vielleicht war er zu der Zeit noch minderjährig, doch das ist lediglich eine Spekulation meinerseits. Arthur machte mit seinen Annäherungsversuchen, die mit der Zeit immer mehr an Aggressivität zunahmen, einfach weiter. Im Alter von 21 Jahren, also im Jahr 1975, wurde er dann erneut für fünf weitere Sittlichkeitsvergehen, die er allesamt an einem neunjährigen Jungen begangen hatte, verhaftet. Doch auch dieses Mal zahlten die Eltern die Kaution von 25.000 Dollar, umgerechnet etwa 23.000 Euro, und er wurde daraufhin wieder freigelassen. Und auch diesmal kam keine weitere Strafe hinzu. Arthur kam also wieder frei und machte umgehend mit seinen sexuellen Annäherungsversuchen an Minderjährigen weiter. Kurze Zeit später. Nach dem Missbrauch eines elfjährigen Mädchens wurde er vom zuständigen Gericht zu einer fünfjährigen Bewährungsstrafe verurteilt, jedoch nur unter der Voraussetzung, dass er einem Aufenthalt im Krankenhaus von Spring Grove, Baltimore, zustimmen würde. Dort solle er eine entsprechende Behandlung beginnen. Er könnte nach dem erfolgreichen Aufenthalt dort also, wenn auch auf Bewährung, zunächst wieder ein freier Mann sein. Eigentlich sollte eine Bewährung, wenn der Täter bereits vorher mehrfach aufgefallen ist, nicht möglich sein, aber in diesem Fall scheint das anders gewesen zu sein. Weshalb dem so war, ob hier ein Fehler vorlag oder eben doch alles mit rechten Dingen zuging, konnte ich leider nicht in Erfahrung bringen. Arthur stimmt dem Ganzen zu und begab sich in das entsprechende Krankenhaus. Doch da er sich freiwillig und selbstständig eingewiesen hatte, konnte er sich selbst auch jederzeit wieder entlassen. Und das tat er dann auch, nach nur 15 Wochen ohne erfolgreiche abgeschlossene Behandlung. Und hier geschieht dann leider auch schon bald der nächste entsetzliche Fehler. Die Familie von Arthur war in der Zeit seiner freiwilligen Einweisung umgezogen nach Florida, genauer St. James City. Der neue Wohnort befindet sich ca. 1041 Meilen, umgerechnet etwa 1600 Kilometer, ca. 15 Stunden Autofahrt, von Hyattsville entfernt. Arthur machte sich also auf den Weg zu seiner Familie und schnell bekam das zuständige Gericht dies auch mit. Daraufhin wurde eine richterliche Vollmacht für seine Verhaftung ausgestellt und außerdem wurde eine Warnung in seinen Akten vermerkt. Weiterhin fühlte sich anscheinend jedoch keiner verantwortlich, denn niemand geht dem Haftbefehl nach und Arthur wird dementsprechend auch nicht festgenommen und nicht zurück nach Maryland gebracht. Es passiert gar nichts in Hinsicht auf seine Festnahme. Tödliche Folgen. Im Alter von 23 Jahren, am 5. März 1976 in Cape Coral, 25 Meilen, umgerechnet ca. 15 Kilometer von seinem Wohnort entfernt, lockte Arthur den neunjährigen Jungen Jason Verdo, welcher gerade auf den Schulbus wartete, unter dem Versprechen falscher Tatsachen, in einem dort nahegelegenen Wald. Arthur gab später den genauen Wortlaut der nun folgenden letzten Unterhaltung zwischen Täter und Opfer wieder. Ich möchte diese, obwohl sie mich persönlich immer stark emotional aufwühlen und auch an euch sicherlich nicht spurlos vorbeiziehen werden, dennoch wiedergeben. Nicht, weil es zeigen soll, wie grausam der Täter war, sondern wie liebevoll, großartig und toll der kleine, mutige Jason Verdo war. Und gerade daran sollte man sich erinnern. Dennoch möchte ich vorher noch einmal erwähnen, dass man natürlich nicht zweifelsfrei nachweisen kann, ob diese Unterhaltung wirklich so stattgefunden hat oder der Täter sich diese nur ausgedacht hat. Arthur hatte den kleinen Jason also in den Wald gelockt und gab nun offen und ehrlich zu, dass er ihn nun umbringen wollen würde. Folgendes Gespräch soll sich dabei ereignet haben. Wiedergabe Wortlaut Täter. Die vollkommen unbekleidete Leiche von Jason Verdo wurde recht schnell aufgefunden, leider keine genaue Zeitangabe, der Tatort abgesperrt und untersucht und es wurden umgehend Zeugen gesucht und befragt. Arthur wurde dabei immer wieder von Zeugen erwähnt und aufgrund dessen galt er bald schon als tatverdächtig. Er wurde dementsprechend befragt, gleich zweimal, doch man konnte ihm nichts Konkretes nachweisen. Warum sein Vermerk in der Akte oder auch der Haftbefehl gegen ihn hier nicht gesichtet wurde, kann ich euch leider nicht erläutern. Anscheinend hinterließ die Befragung bei Arthur ein ungutes Gefühl und er fuhr daraufhin zurück zum Krankenhaus Spring Grove in Baltimore. Dort hielt er es jedoch nur ganze fünf Minuten aus und floh dann wieder. Denn er dachte, so seine Aussage später, dass einer der Angestellten die Polizei gerufen hätte. Doch leider wusste keiner der Angestellten von dem Haftbefehl gegen ihn. Nur kurze Zeit später, nach seinem ersten Mord, traf er auf Billy Arth. Dieser war gerade einmal zehn Jahre alt, auch diesen lockte er unter der Vortäuschung falscher Tatsachen mit sich. Doch hier schien er eine andere, grausame Taktik zu verfolgen. Zehn Tage lang lockte er Billy mit sich und beide fuhren durch Nord-Virginia und übernachteten, täglich wechselnd, in Motels. Das Verschwinden von Billy blieb selbstverständlich nicht unentdeckt und so wurde sein Bild in alle nahen Zeitungen gedruckt und auch die ortsansässige Polizei startete eine große Suchaktion. Auf ihren willkürlichen Reisen trafen Arthur und Billy am 23. März auf den elfjährigen Kenneth Dawson. Auch diesen lockte Arthur wieder unter dem Versprechen falscher Tatsachen mit sich. Die drei machten sich daraufhin mit dem Bus auf den Weg nach Virginia, genauer zum Ort Tyson Corner. Das liegt etwa 1026 Meilen, umgerechnet etwa 630 Kilometer vom ersten Tatort Cape Coral entfernt. Dort angekommen, lockte er die beiden Jungen in einen nahegelegenen Wald hinter einem Einkaufszentrum. Nun zwang er den kurz zuvor kennengelernten Kenneth Dawson, sich vollständig zu entkleiden, missbrauchte und folgerte diesen. Anschließend erdrosselte er ihn dann mit einem Gürtel. Billy Arth, der die ganze Zeit über hilflos daneben stand, musste alles mit ansehen. Dann verließ Arthur den Tatort mit Billy und beide machten sich wieder auf den Weg. Festnahme und Urteil Einige Tage später, die beiden waren mittlerweile in Falls Church unterwegs, das liegt circa 150 Meilen, umgerechnet etwa 93 Kilometer von Spring Grove und nur etwa 4,1 Meilen, umgerechnet circa 2,5 Kilometer vom zweiten Tatort entfernt, wurde eine Frau auf die beiden aufmerksam. Sie erkannte den kleinen Billy dank seines Suchbildes in einer Zeitung und rief daraufhin die Polizei. Nur kurze Zeit später wurde Arthur festgenommen und dieser schrie, während man ihn abführte, Sie können mir nichts tun, ich bin krank. Anschließend fand man dann auch die Leiche von Kenneth Dawson. Auf die Aussage des Täters hin wurde, obwohl eigentlich sicher war, dass die im Kindesalter festgestellte Pseudodebilität nun nicht mehr vorhanden war, ein psychiatrisches Gutachten in Maryland erstellt. Dort wurde dann auch zweifelsfrei bestätigt, dass er Zitat, Zitat Ende war. Sein Plädoyer, dass er verrückt sei, wurde damit abgewiesen. In Fairfax County, Maryland wurde ihm der Prozess gemacht. Dort tätigte er gegenüber dem Richter folgende Aussage. Zitat. Wenn ich jemals einen anderen Jungen in die Hände bekomme, insbesondere einen sexy kleinen Jungen, würde er es nie nach Hause schaffen. Zitat Ende. Arthur Frederick III. Goethe wurde daraufhin zur lebenslangen Haft verurteilt. Zu der Zeit gab es in Maryland noch die Todesstrafe, seit 2013 abgeschafft, doch warum er diese dort nicht erhielt, kann ich leider nicht genauer erläutern. Dazu fand ich keinerlei genauere Informationen. Am 21. März 1977 begann dann der zweite Prozess aufgrund des Mordes an Kenneth Dawson in Florida. Arthur verteidigte sich in dem Prozess übrigens selbst. In Florida gab und gibt es immer noch die Todesstrafe. Lediglich zwischen 1967 und 1976 wurde diese in Florida ausgesetzt, Grund war ein Streit zwischen den entsprechenden hohen Ämtern. Die Tat von Arthur Frederick III. Goethe wurde nur knapp nach diesem Zeitraum getätigt und in Florida wurde er dann tatsächlich auch zum Tode verurteilt. Damals wurde zur Vollstreckung des Urteiles noch der elektrische Stuhl benutzt. Heute wird dazu eine sogenannte Todesspritze mit einem tödlichen Gift, welches zu einem Herzstillstand führt, benutzt und der zu Tode verurteilte wird auch vorher sediert. Das war damals nicht der Fall. Das Todesurteil von Arthur wurde jedoch nicht sofort durchgeführt und so hatte der Täter noch genug Zeit, unzählige abartige Briefe an die Eltern seiner Opfer zu schreiben. Darin schrieb er unter anderem, dass er stolz darauf war, ihr Kind getötet zu haben, gab darüber eine detaillierte Beschreibung ab und er dies auch jederzeit wieder tun würde, wenn er noch einmal die Chance dazu hätte. Nach einiger Zeit wurde ihm jedoch verboten, weiterhin an die Eltern zu schreiben. Arthur hatte es währenddessen im Gefängnis nicht leicht, da Pädophilie und auch Mord an Kindern unter den Häftlingen ebenfalls als abartig angesehen wird und unterstes Niveau ist. Dementsprechend wurde er dort immer wieder angegriffen und verprügelt. Schon bald war er der meist gehasste Mann im Todestrakt. Theodore Bundy, also Ted Bundy, der zu der Zeit ebenfalls in demselben Gefängnis von Florida auf die Durchführung seiner Todesstrafe wartete, stahl ihm sogar öfters sein Essen. Ted Bundy war dabei immer so schlau, dass keiner der Gefängniswärter es bemerkte. Später versuchte Arthur, aber auch dessen Vater, die Hinrichtung zu verhindern. Arthur bestand auch weiterhin darauf, dass er psychisch krank war und aufgrund dessen für die Morde nicht verurteilt werden dürfe. Ein Indiz dafür sei, dass auch schon seine Vorfahren unter ähnlichen psychischen Erkrankungen litten. Außerdem betitelte Arthur sich selbst als Experte für Kinderländer. Auch wenn er keine Briefe mehr an die Eltern seiner Opfer schreiben durfte, so schrieb er dennoch ca. 15 Briefe am Tag. Diese gingen meistens an zuständige Institutionen, Medien oder Beamte. Er versuchte alles, damit seine Selbsteinschätzung Gehör fand. So äußerte er auch einmal in einem Interview, etwa einen Monat vor seiner Hinrichtung, dass er selbst gar keine gewalttätige Person sei. Er wollte mit den Morden einfach nur die Aufmerksamkeit der Gesellschaft auf sich ziehen, da er sonst kein Gehör gefunden hätte. Je näher die Hinrichtung rückte, desto mehr Reue schien er zu zeigen. F. Horren, der Arthur strafrechtlich verfolgt hatte, war bis zuletzt jedoch anderer Meinung. Zitat, Ich bezweifle sehr, dass es ihm leidtut, was er getan hat. Er hat auf zu vielen Arten mangelnde Reue zum Ausdruck gebracht. Sagt Horren und zitiert Briefe, die Arthur an die Familie seiner Opfer schrieb, in denen er seine Verbrechen im Detail beschrieb und ihnen sagte, wie sehr es genoss, die Kinder getötet zu haben. Ich denke, er sollte hingerichtet werden. Wenn die Todesstrafe ohnehin angemessen ist, könnte ich keinen Fall weniger treffender finden als seinen Fall. Er ist zu berechnend. Zitat Ende. Einen Tag vor seiner Hinrichtung, an einem Mittwoch, fand er in einer Pressekonferenz folgende Worte über seine Taten. Er spüre keinerlei Reue, forderte nun jedoch seine Hinrichtung und wolle gerne zuvor noch Geschlechtsverkehr mit einem kleinen, scharfen Jungen haben. In einem anderen Interview, ebenfalls am selben Tag, sagte er dann jedoch auf einmal, dass er doch Reue empfinden würde und wünschte, er hätte all dies nicht getan. Da er seine Taten nun bereuen würde, dürfe er auch nicht mehr hingerichtet werden, so seiner Auffassung nach. Die Eltern von Arthur wollten zwar ebenfalls nicht, dass er hingerichtet wurde, doch sie wollten ihn auch nicht wieder auf freien Fuß lassen. Es solle noch einmal ein entsprechendes Gutachten erstellt werden und dabei werde dann sicherlich die richtige Diagnose herauskommen. Doch all deren Gesuche wurden abgelehnt. Am Donnerstag, den 5. April 1984, kurz nach Mitternacht, sprach Arthur Frederick III. Goethe ein letztes Mal mit seinen Eltern und nahm anschließend um 4.45 Uhr seine letzte Henkersmahlzeit zu sich. Um 7 Uhr durfte er dann noch ein paar letzte Worte sagen. Unter Tränen entschuldigte sich der 27-Jährige bei seinen Eltern und brachte nun doch Reue für seine Taten zum Ausdruck. Dann wurde das Todesurteil schließlich vollzogen. Um 7 Uhr 8 wurde Arthur Frederick III. Goethe offiziell für tot erklärt. Meine persönlichen Gedanken zu dem Vorfall. Ich versuche bei meiner laienhaften Berichterstattung so wie bei meiner persönlichen Meinung trotz allem fundiert und sachlich zu bleiben. Doch bei diesem Bericht musste ich sehr oft an mich halten und mich immer wieder ermahnen. Meine Notizen musste ich, bevor ich diese einsprach, auch etliche Male korrigieren, damit ich eben nicht ausfallen werde. Dieser Mann war durch und durch böse und ich bin mir sicher, dass keine Therapie ihm hätte helfen können. Seine abartige Art wurde durch seine an- und abschließenden Taten, gemeint sind die Briefe und die krankhaften Aussagen von ihm, noch einmal abartiger. Eigentlich denkt man, dass das gar nicht mehr möglich sein kann, aber dieser Mensch war einfach ekelerregend. Ich persönlich bin nicht für die Todesstrafe, da ich denke, dass man nicht Gleiches mit Gleichem vergelten kann, da man sich damit unweigerlich auch dem Verhalten des Täters angleicht. Doch in diesem Fall empfinde ich zumindest dahingehend keine vehemente Abneigung. Alleine nur für die Vorinformationen zum genauen Wortlaut zwischen Jason Verde und dem Täter habe ich unzählige Versuche gebraucht. Immer wieder musste ich abbrechen, eine Pause machen und es später erneut versuchen. Bei den Worten selbst war es dann noch schlimmer. Ich möchte auch noch einmal auf die Eltern und die versäumten Gerichtsverfahren bzw. nicht vollstreckten Strafen zu sprechen kommen. Die Eltern wären die Ersten gewesen, die all die Taten hätten verhindern können. Sie konnten es wahrscheinlich, weil sie ihren Sohn trotz allem liebten und es vielleicht nicht wahrhaben wollten, nicht abwenden. Doch das Gericht, was außenstehend ist und eben unabhängig urteilen kann, also schlussendlich dafür da ist, die angemessenen Strafen durchzusetzen und dafür zu sorgen, dass die Menschen vor so einem bösartigen Handeln sicher sind, versagten als Zweites. Auch sie hätten die Taten leicht verhindern können und sie trifft, so zumindest meiner persönlichen Auffassung nach, deutlich mehr Schuld. Denn sie sind zum Wohle aller da und die Eltern eigentlich nur zum Wohle der Kinder und sich selbst. Das heißt natürlich nicht, dass das Verhalten und die Handlungen der Eltern richtig waren oder man somit machen kann, was man möchte. Ganz im Gegenteil. Wir haben natürlich auch Pflichten gegenüber der Gemeinschaft und müssen uns an Regeln halten. Das möchte ich damit also nicht ausdrücken. Die Tatsache, dass Arthur erst nach und nach Reue zeigte, je näher der Tag seiner Hinrichtung kam, lässt dieses Eingeständnis für mich eher berechnend erscheinen. Vielleicht dachte er, dass er so im letzten Moment doch noch Gnade erhielt. Das ist jedoch nur eine Spekulation von mir. Sollte das Protokoll von Arthur wahr sein und die letzten Worte von dem kleinen Jason Burdo wirklich, ich liebe dich gewesen sein, so finde ich dies nach wie vor äußerst berührend. Trotz allem hat Jason am Ende seine unschuldigen, liebevollen Ansichten über die Menschen nicht verloren, auch nicht als dieses Monster vor ihm stand. Jason konnte das fühlen, was Arthur bis zum Schluss verwehrt geblieben ist und was am Ende immer am stärksten zu sein scheint. Lieben. Sogar seinen Mörder. Damit möchte ich den Bericht schließen und meinen Respekt und Mitgefühl den Angehörigen aussprechen. Haltet die Augen offen und passt auf euch auf. Eure Miss Tarantula